Ein neuer Land Rover Discovery Sport steht hier zum Verkauf. Der graue SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Panoramadach, Xenonscheinwerfer, elektrische Sitze und noch vieles mehr. Das Neuengang-Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,3 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.